Das eine ist nur im Grund. Ich bin tot, ich meine eigentliche... Du drei in Klopst. Äh, du hast Klopst gesagt. Ich hab Klopst gesagt. Boah, wehe, mir hat schon wieder jemand so'n hässlichen Sound gesendet. Nein, gut. Hier fällt auch auf. Ja, ist offen. Aber hier sind keine Jäger. Mir egal. Hol die Schädel. Ich hab den Schädel. Fremdschädel. Fremd, okay. Stimmt, dass keine Erlernwaffen nicht können. Auf jeden Fall, das ist dann hier nicht halt der, ähm... Das ist unterschiedlich. Ab und es kommen mir auch hier egal. Ach so, und der Raum führt aber nirgendwohin, ne? Genau. Was sind das für Klopfgeräusche? Ach, die bauen grad... Warte mal ganz kurz. Alter. Verdammt, das geht nicht. Was denn? Ja, dass die aufhören, kurz. Hä? Die können, die, die... Da kommen wir schnell ab und zu gleich zu. Ich glaube, die... Äh, laute Klopfgeräusche. Äh, Klopfgeräusche. Weil die grad den, ähm... Ah, Elektrofehler hier. Weil wir grad mal alles so lahr umbauen und alles. Okay. Äh, solange das nicht zu oft ist. Ne, ne, das ist ab und zu mal. Wie viele Schläge immer? Drei. Hahaha. Hahaha. Du bist tot, ne? Ich weiß, aber ich weiß noch nicht, was ich machen soll, weil... Hinter mir ist die Tür zu, vor mir sind zwei Eliten, drei. Du bist tot, ne? Wieder da. Ach gut. Warum auch immer. Kampfer ja so sicher. Wintertot. Also. Wow. Edgecamp. Ich seh wieder deinen hübschen... Nee, jetzt nicht dein Penis. Jetzt dein Arsch-Penis, Arsch-Penis, Arsch-Penis. Bein. Keine Ahnung warum, aber du taust immer wieder aus. Hahaha. 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 Ich wüsste nicht, was ich unten dieses automatische Ziel machen würde. Oh ja. Warten Sie. Ich greife auf das Gefecht... So, jetzt müssen wir durch... äh, das ist nicht durch ran, aber... Die Tür öffnet sich daher gleich. Ich arbeite daran. Ach, hier ist sogar ein Überladungsschild. Echt? Ja. Da vorne bei den Kisten, genau da. Hahaha. Hier gibt's keinen Erfolg, wenn man den nicht nimmt, ne? Ja. Boah, du musst grad umziehen können. Können wir rein? Ja. Jetzt ver... ...pisst euch doch mal. Boah. Ne, da hatte ich keine Chance, Alter. Ja, ich weiß. Ne Elite und vier Grunts. Krass, ne. Ja, schön. Wieder bei dem Schädel. Hm, ich kann nicht durch den jetzt holen, ähm, den... ...Überladung... ...Überladungsschild. Das Ding da. Hol du dir den, du bist besser. Du bist immer noch der bessere Spieler. Ich bin so ein richtiger Kack-Noob und du hast wenigstens was drauf. So. Mir fällt gerade auf, wir haben noch keine Passage gehabt, wo wir nicht geredet haben. Wir sind die ganze Zeit durch am Quasseln. Stimmt. Das ist, glaub ich, mal echt das beste Let's Play von allen bisher. Bisher, aber beschreiben wir's lieber nicht. Ach, hier liegt mein Sniper auf. Nee, gut. Weißt du, sonst wenn ich den Sound einzeln aufnehme, dann rede ich fast gar nicht. Und jetzt nehm ich den Sound mal mit Fraps auf, dass alles zusammen aufgenommen wird. Und jetzt laber ich auf einmal wie so ein Wasserfall. Ach, ich rall das nicht. Ich glaub, ich sollte immer nur mit Fraps alles aufnehmen. Ah, er spart die Arbeit. Und hört sich das eigentlich so anders an, oder? Ja, eigentlich schon. Warten Sie. Ich greife auf das Gedenken. Der Allianz-Zone suche einen Umgehungs-Code zum Tönen. Werden wir tot, ne? Ach so. Oh, ja. Das heißt, ähm. Ich bin gespannt, wie du einen mit 128.000 Bit verschlüsselten Code knacken willst. T-Bag the Wall. Warte, gib mir einen Becker! Nur 128.000 Bit verschlüsselt. Joa. Das gibt's ja auch. Ja, klar. In so modernen Zeit, Alter. Hä? Unter dir lag eine. Wo kam die her? Ähm, hat der Grund geworfen, den du kurz davor getötet hattest. Mir fällt mal gerade drauf, ich hätte dir auch Bescheid sagen können, aber... Du dachtest, ich hätte es gesehen, also ist es okay. Dachte ich, genau. Die Tür unter uns öffnet sich gleich. Da, jetzt sind da Jäger. Genau. Sag ich, ach, die Tür, wo die Jäger rauskommen. Ein Jäger ist tot. Wie das aussieht. Na komm. Hallo. Ich glaub, die Überfahrung ist ja einfach nicht so effektiv bei dem, oder? Sollte sie auch nicht sein, sie sollte ihn anlocken. Geschafft. Die Tür ist offen. Alle müssen durch. Ich kann nicht versprechen, dass sie wieder aufgeht, wenn sie erst wieder zu ist. Geht sie wieder auf? Ne, ne? Ich weiß es nicht. Ich hab nie darauf geachtet, jetzt mal ganz ehrlich zu sein. Das war doch mein Gedanke. Hier ist doch offen. Hier ist doch offen. Ja. Reicht ja auch, wenn die einmal offen ist, wenn die ganze Zeit Dauer aufgehoben bleibt. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie man Granaten wechselt. Schade. Boah. Hallo? Geht's noch? Ruhe. Es ist auch ein Mann. Boah, warte mal. Mein Headset. Warte, ich muss mal eben hier. Perfekt. So. Mal eben mich away geschaltet in dem. Oh, ist ein unsichtbarer, unsichtbarer. Ja, ja, ich hab schon gemerkt. Nee, aber nicht. Er ist tot, glaube ich. Und ich bin tot. Und ich bin auch tot. Aber er ist auch tot. Oh, ich lebe wieder. Ach, er wird übrigens einen Erfolg haben. Welchen? Denn er erinnert mich, bevor wir das Level abschließen, ne, dass ich dir meinen Sniper gehe. Warum? Weil das ein Erfolg bin. Mindestens vier Schuss und noch ein Sniper voll haben und ich kriege diesen Erfolg. Und du wirst auch Sniper jetzt so lange behalten. Jo. Hat ich eh vor. Nur ob da vier Schuss drin bleibt, verspreche ich jetzt nicht. Ich versuche es natürlich noch drin zu halten. Das klingt mir auch komisch. Ich versuche es natürlich noch drin zu halten. Weißt du, dass ich auch eine geile Idee habe, was wir noch machen könnten? Hm? Äh... Alle Erfolge... Dingens. Oh. Können wir. Ob wir das schaffen, glaube ich, jetzt eh nicht. Wir müssen doch nicht so viele. Wir müssen doch nicht auf legendär alle machen. Aber einige müssen wir zum Beispiel auf legendär machen. Zumindest das Heldenhaft oder höher. Hat man was gehört? Ne. Okay. Man hat doch mal ansätze gehört, aber... Man hat so... Und dann mal weg, ne? Genau. Ähm... Zum Beispiel einer Erfolge ist, glaube ich, sogar für uns beide ziemlich schwer. Was heißt... Sogar für uns beide? Wir sind Noobs. Ja, okay. Aber ich meine jetzt... Sogar für uns beide im Sinne von, dass wir zwei Leute sind. Achso. Welcher? Welcher? Heldenhaft oder legendär alle Marines und Halo beschlossen. Alle... Okay. Nein, machen wir nicht. Ganz vergessen. Äh... 100% der Erfolge Jagd ist damit offiziell beendet. Ähm... Wie geil. Warte mal. Komm zurück. Warum? Wie geil. Die wir jetzt gerade rüberkamen. Achso. Äh... Wann endet die Mission? Weiß ich gar nicht mehr. Dauert noch eine Weile. Wir müssen erst mal Captain Keith retten. Ja, aber dann? Was kommt dann? Dann müssen wir hier zurückfliehen. Äh... Also wenn wir hier vorne stehen, wird das Teil aktivieren müssen, was hier dran steht. Dann soll ich deinen Sniper bekommen. Ja. Wie viele Schuss hast du noch? Ähm... Vier Schuss und 24 nachladen. Boah, ist doch locker. Also noch ist die reguläre voll. Ich kämpfe gerade eh eher mit dem Klappangst. Boah. Was war denn das denn? Ich hab ne Granate reingeworfen. Das ist eh immer das Geile. Du brauchst meistens nur ein Grund killen und dann ne Granate rein. Weil die Granaten aus dem Boden explodieren ja auch immer. Und ich brauch unbedingt Leben, deswegen töte mich gleich mal. Bitteschön. Danke. Vor allem, deswegen töte mich gleich mal bitte. Bitteschön. Danke. Vor allem, deswegen töte mich gleich mal bitte. Ich find das Level gerade zu einfach. Ich will jetzt nicht sagen irgendwie, dass ich es gerne schwerer hätte. Aber ich will sagen, ich hab Angst gerade. Weil wenn das Level jetzt so einfach ist, ich hab wirklich Angst, dass es noch schwerer wird. Ach, wird schon. Ich denk da grad positiv drin. Positiv? Genau. Ich wollte gerade einen schlecht makaberen Witz machen, aber den lass ich lieber. Das ist gut. Ich bin auch tot. Aber nicht schlimm, ich hab hier die ganze Zeit mit die Standardwachen. Alter, wie dämlich das aussieht, wenn du rückwärtsläufst und ne Granate wirfst. Ja. Geht das doch beim Vorwärtslaufen? Ja. Hier. Michael Jackson. Schau. Ich dachte, ich hab den Schakal damit noch gekillt. Ähm. Ja. Da bin ich wieder. Ich find halt gut, dass man hier mal Plasma-Patone spawmt. Mit 100 Schuss. Also 100 Batterien. Hier ist das echt cool. Weil die ist echt mega überpowert hier. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. mit einem Takt gleichzeitig. Gezellen. 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 Gefangenen und Zellen. Gezellentrakt. Ja. Das geht natürlich auch, ne? Ich korrigiere. Wir müssen das Teil hier aktivieren. Den. Deswegen erinnere mich dran, wenn wir hier sind. Das Teil hier oben? Der Elite, ne? Der VD war. Ich hab ihn gesehen, der ist runtergeflogen. Ja, okay. Mit nem Köpper. Das hab ich so gerade eben noch gesehen. Aber das war ein alter Grafik leider. Bleib mal da. Kann das sein, dass hinter uns? Ja, hinter uns sind ein paar Gegner. Ach. Ne, ach die kommen hinter uns. Okay. Bin tot. Und cool. Wollte ich auch gleich. Ne, noch nicht. 3, 2, 1, jetzt. I don't wanna die. Ja. Das konntest du gar nicht überleben. Okay. Bevor wir die Gegner vorne jetzt angreifen, werden wir uns um die hinter uns kümmern, ja? Ja. Ich seh einen. Alle Mannen du können. Die kommen aber auch alle von der Tür da. Also, ich weiß nicht, ob du das war so oder einander. Ne, ne, das war der vor dir. Ich meinte einfach in die Runde jetzt gesagt so, danke. Rechts von der Tür kommen gleich wahrscheinlich welche. Oder wahrscheinlich nicht. Vier scheinen, die gibt's ja gar nicht. Du meinst die hier hinten? Ja, genau. Irgendwo. Du hast doch eben gesehen von wo die kamen. Ja, die kamen von hier. Aber da ist ja nur die einzelne Tür und von da kamen wir ja. Also eigentlich theoretisch gesehen dürfen da keine kommen. Kannst du kurz von hinter dir gucken gleich. Auf dem Radar. Noch kaum. Jetzt sind sie da, sind da, sind da. Okay. Ja, die kommen von da, ne? Ja. 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 Ja.